Hey ye 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 äh Ein äuter Mann hatte Angst zum Skifahren Er wollt's überwinden und ist noch isch geko greet Er war so stolz aufs See und ging zum Apricé Jetzt hat er'n Virus und zittert wie nie. Ist es nicht ironisch? Find's nicht auch? Es ist das Klopapier, das ausverkauft ist und du hast blöde, was seit gestern du'n schießt. Und es ist Jesolo, ein Tag zu früh gebucht. Es ist ein neuer Spielplatz, den keiner sucht. Es Benzin ist so billig, Wahnsinn! Nur du musst nirgends hin, die Tangenten steht leer. Aber du hast heut'n Termin, es ist die gute Luft. Riech' mal so frisch, was ich noch nie. Und du klotzt nur raus, weil wir haben Pandemie. Und ist es nicht ironisch? Find's nicht auch? Es ist die Quarantäne und du lebst im Koma. Es hat die Kinder zu Haus und die wollen nur zur Oma. Es ist der Herzinfarkt und weil der Rettung ist besetzt, ist an den Nudeln am Herd, die keiner schätzt. I am from Austria. Nimm's da vor, heut sing's das an. Und wenn du's am Balkon gehen wüsst, komm's drauf, da hast du ja gar keinen. Der eude Mann liegt jetzt im AKH. Er feucht sich so vom Sterben, weil er weiss, dort stirbt er allein. Und ist das nicht ironisch? Nein, jetzt im Ernst. Find's nicht auch? A bisserl, a bisserl guä, ja komisch. Ja, und wir finden's eh auch.